Liebe Freunde des gepflegten Hangouts, ich hatte es ja schon verschiedentlich angekündigt. Wir wollen neben den klassischen Interviews, die wir bei uns auf dem Kanal bringen, jetzt auch mal mit Google Hangouts beginnen. Wir werden das jetzt in den folgenden Wochen tun, indem wir mit Zukunftspreisträgern, mit den Nominierten für den Zukunftspreis, einzelne Google Hangout Interviews führen wollen. Dies hier ist der deutsche Zukunftspreis, beziehungsweise es ist natürlich nur ein Abbild der Trophäe, die man da gewinnen kann. Der Bundespräsident verleiht diesen Preis einmal im Jahr, das tut er schon seit 1995 übrigens. Und er wird es auch in diesem Jahr wieder tun, nämlich am 4. Dezember in Berlin. Kann man sich dann auch gerne anschauen, in einer Aufzeichnung auf dem ZDF oder im Livestream. Und wir haben uns gedacht, wir wollen die Zeit bis dahin ein bisschen nutzen, um mit den Nominierten Teams kleine Hangout Interviews zu führen, um mal herauszufinden, worüber forschen diese Teams eigentlich und wozu soll das eigentlich alles gut sein. Und dazu wollen wir euch Sie einladen, Fragen zu stellen. Wenn Sie gerne Fragen stellen möchten an die Wissenschaftler, dann können Sie das jederzeit gerne tun. Entweder in den Kommentaren zu diesem Video oder Sie posten einen Tweet unter dem Hashtag, den wir jetzt gleich einblenden werden. Besonders freuen würden wir uns natürlich über Fragen, die in Form von Videos gestellt werden. Dann können wir diese kleinen Videos direkt in den Hangout einblenden. Also, wenn Sie oder ihr das Bedürfnis verspürt, uns Fragen zu stellen, dann immer her damit. Wir freuen uns riesig darüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.